Musik Hoi miteinander, ich bin der Mohamed. Salih zusammen, ich bin der Buttrint. Ich bin Logistiker wie Sulzer im ersten Lehrjahr. Ich bin im zweiten Lehrjahr und wir stellen euch heute unsere Probe vor. Kommen wir doch gleich mit. Be- und Entlade von LKWs ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Tätigkeiten. Vor allem, wenn mehrere LKWs gleichzeitig vor der Firma stehen, ist es besonders wichtig, den Kopf zu bewahren und konzentriert und sorgfältig die richtige Ware aufzuladen. Zum Bedienen des Deichselgeräts braucht man einen Ausweis, der beim überbetrieblichen Kurs gemacht wird. Durch die Größe des Unternehmens bietet mir Sulzer Mixpack die Möglichkeit, viele Bereiche von der Logistik kennenzulernen. Man überträgt uns viel Verantwortung, sodass wir wertvolle Mitglieder des Teams sind. Zuverlässigkeit, Sorgfalt und gute Sozialkompetenzen sind Grundvoraussetzungen, um den Beruf Logistik zu erlernen. Musik So, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick zu unserem Alltag bekommen. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne an Schnauben kommen oder euch bewerben gehen. Musik 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 Vielen Dank.